sabrina tv selbe stelle selbe welle zu sagen wir haben wir haben hier für euch entdeckt dass irgendwie ein auto in dem getränkemarkt in der rheinstraße bei lidl im getränkemarkt quasi eingefahren ist und die außenhülle des marktes beschädigt hat dumm gelaufen von den getränkemarkt in rheinstraße ich glaube bei den einnahmen wird das verkraften können also als kurze reportage kurze info von sabrina tv schon allein selbe stelle selbe welle und immer unseren kanal abonnieren und weiter abonnieren und ich bedanke mich bei euch macht's gut schönen abend sabrina